Ich frag Jost, wer ist Jost? Der ist immer in meinem Chat, glaube ich, oder? Ist das der Guy? Ach, das ist der Guy, von dem wir letztens auf TikTok gesehen haben. Nein, 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 der ist zu krass, Bro. Blu, Winde! Blu, Winde! Blu, Winde! Blu, Winde! Blu, Winde! Blu, Winde! Ist immer mehr der Gericht auch im Dach. Ja, in Blu! Annen wir kürzeln! Stellt mal hier, streck! Okay, Gimbl, ich meine nach links. Nice one! Mein Aim ist heute so clean, 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 mein Aim ist heute so clean. point holy shit man ich fühlte mich leicht arbeitslos das wird gleich besser ich muss noch einmal das kann auch umziehen wenn ich sehe wann ich bin mein turnier sind leise der bräuch jetzt hoffentlich sieht das papa platte nicht das ist sie da aber ist immerhin süß schade aber besser als wenn ich dann awkward gestorben wäre in der situation sie dank für den zweiten monat man dank für den support kann man mitspielen man kann mitspielen aktuell sind wir jetzt drei leute permanent so lange wie spider mac mitmachen möchte macht es weiter mit und trinny ist auch absoluter gunner und content creator der macht tiktok da könnt ihr gerne mal vorbeigucken vielleicht ich weiß nicht ob ich das machen kann oder irgendein anderer mod war den link von trinity schmennet die raussuchen so mike bekommen wir noch obwohl er ist schon dran oder? ok alles passt schon erledigt ist unten dran naja aber ok äh haben wir irgendwas CC gemacht? anders ruf besser heißer e-sport-packs dürfen nur bei offiziellen Rainbow Six chanelns zu collecten sein eines richtung sieht Windows Das war Doka, oder? Das war Doka, oder? Oh. Eines Roof-Windows. Main Bridge! Ich bin heute echt ein bisschen frech unterwegs, aber es geht doch alles rein. Ist ja nicht alles gut. Gehst du mir in die Bridge? Ist das ein Pflug? Wie gehts das? Gibt es das eine Seite? Ich bin jetzt ein Pflug. Reichter. Wie weiß ich? Ich weiß, was ich will. Der Barsch. Mindestens 2 auf Roof. Auf das Gridlock. Das hat er gedroppt, glaube ich. Da ist noch einer von zwei Leuten vom Breach. Da hat sich einer runtergedroppt. Oh mein Gott. Der Thatcher war auch von Main. Na, ist sehr schön. Oh, Mannu. Tschüss, Jungs. Let's go. Moin Prio Schmio. Man kann nicht mit Prime Sub'n. Man kann mit Prime Sub'n doch. Kann ich vielleicht nächste Runde mitmachen. Wurde heute zweimal rausgeworfen. Das kriegen wir hin, Maxio. Oh, ich habe Black Eyes hier für Jäger auf dem Account. Krank. Nice, Lissy. Hört sich gut an. Very nice. Very nice. Ja, ich denke, ich zock noch ein Ballchen. Wenn es Hard-of-Heart kommt, habe ich auch noch ein Y-Food im Kühlschrank. Also heute werde ich nicht verhungern. Kannst du den Kühlschrank machen? Ich küsse mir irgendein Garage unten. Äh, mache ich gleich. Mach ich gleich. Das ist noch ein bisschen. So. Du musst dein Prime-Konto erst mit deinem Twitch verbinden. Unter Verknüpfung, denke ich. Weil du hast doch keine Krone vom Namen. Das heißt, dein Prime ist aktuell nicht mit deinem, äh... Oder dein Amazon ist nicht mit deinem Dings verbunden. Mit deinem Twitch-Konto. Corsair HS80. Ich kenne nur HS. Also Keto. Nee, Spaß. Finde ich nicht. Aber Corsair an sich auch eine gute Marke. Ja, die wird ja von Elgato aufgekauft, so... Ach, er ist oben auf Catwalk Outside. Eine Don't Stock. Die... ...pazieren. Der P.E.B ist so nervig. Ich büschge da auf einer CC-Under. Na. Äh... Trag. Eine Charge schon mal weg. Die Schupte. Der P.E.B ist so nervig. Ich habe eine CC-Winne mitgebracht. Ich habe eine CC-Winne mitgebracht. Ein Konz. Ein Konz. Hang eins. Held red. Crouch. Nice. Joker down. Ein und noch 18 CC-Winne immer noch. Ein Kamer für Konz. Ist die Ghostcam noch da? Wir haben noch eine zweite Ghostcam. Aber ja, es ist noch was da. Okay, das war... Das war Tablet, oder? Das war's. Bottom red. Kommt hoch. Nice one. Noch einer da. Thatcher. Push jetzt auch. Auf red. Andere sollte im Bar sein. Oh my god. Ich habe gefundet. Auf red. Zello. Bedroom. Bedroom. Jep. Ah, NT. Ja, war my bad. Ich hätte da gar nicht peaken dürfen. Das war sehr schlecht. Mein scheiß Magazin gesehen. Auch die shit. Das ist mit Frost, Tachanka und Blackbeater mal ein Problem. Das war's. Ach, ne? Voll bescheidig. Wahrscheinlich erstmal kein Papaplatte mit Rainbow Six. Weil er meinte, dass ich so gut bin. Und die gerade Leute suchen, die nicht so gut in dem Game sind. Wir sind unten. Kann sein, dass die unten sind? Wir sind unten. Ja. Haben Vigil. Vielleicht nicht mehr. Trini, willst du Tunnel aufmachen? Äh, nicht geflitzt. Vigil, Asami. Jäger. Oder... Ist halt durchschnittlich. Kaid. Wenn du den Balls見st, dann kannst du den Balls bewerben. Papaplatte redet weiter über mich. Hey, Papaplatte, wenn du jetzt gerade guckst. Ich schwöre, ich bin kacke in dem Game. Ich schwöre, ich bin richtig kacke. Bitte. Ich äh... Ich throw auch extra Runden, ich geb mir die größte Mühe. Schaut nicht, das dachte ich mir. Da guckt doch mein Stream, der muss dir auf den Kopf gefallen sein. Aber einer könnte ganz oben Main sein. Halt dich. Haha, mein Elektron. Main Vigil dead. Gute Fall just. Ich geh Blue. Habibi hab mich aber anders umgekloppt. Ihr könnt sehr gerne nochmal ein Clip machen, wenn Papa Platte irgendwas über mich sagt. Das kann ich gut im Video einbauen. Oder drauf reagieren. Wäre lustig, wäre lieb. Danke euch Chat. Habibi mit der Slug, Alter. Zwei sind Armory, Richtung AKs. Anderes Church. Sehr guter Flame Error. In der Zeit wo ich tot bin, geh ich nochmal in den Stream und schreib irgendwas rein. Vielleicht sieht der ja irgendwas. Speedrun bist du ja doch. Bist du nicht so top 10% oder so vielleicht? Äh, ne. Ich glaube so, ich bin top. Ich bin top. Pflanze. Hör so'n Scheiß. Also ich hab am Sammeln noch ein Emote. Ich hab am Sammeln noch ein Vigil wurde. Steinen geschiebt zu HLKT. Hat danach das Kegel macht. Alter, Holy Ship. Boah, er hat so'n Stein gepitzelt. Und jetzt hat er das gemacht, Bro. Das ist krass, Bruder. Ich glaube, das ist keine Chance bei ihm im Chat da irgendwas ohne Donation durchgehen zu lassen. Das geht gar nicht. Das ist ehrlich sehr, sehr cool, Bruder. Respekt, Mann. Das ist echt krass. Äh. Äh, keine Chance. Gar keine Chance. Nee, Digga, da kommt man nicht durch. Bruder, ich muss ein Fim-Water lassen und schreiben. Bibidi-Babidi-Bubidi. Wir haben die Runde gewonnen. Wir haben die Runde gewonnen. Du musst nur einmal weggucken. Und die Jungs kloppen da drum. Kann man mitspielen nach der Runde. Äh, wird schwer. Aber jeder hat die gleiche Chance mitzuspielen. Wir haben leider gleich nur noch einen Spot, weil wir Maxi auf jeden Fall eine Runde mitnehmen. Wow. Ähm, und dann gucken wir. Wir haben nur einen Platz frei für einen Random-Mate gerade. So sind die Schweine sind hier oben. Ja. Ist klar. Ich hab intuitiv schon Finca gespielt, um zu naden. Oh, schon wieder. Äh, ich mein Jana. Das ist der Allwissende. Ja. Man, ich war noch nie so abgefuckt, dass ich gut in dem Spiel bin. Ich hab eben schon gesagt, am Ende kriegst du noch einen Papa-Latte-Rate. Näääh, niemals. Er streamt viel länger als ich. Mal schauen. Sehr lustig. Das war sehr lustig, aber ich glaube ich würde einfach aufgehen. Niemandem die Ehre gönnen, so viele Tiere zu haben. Auf jeden Fall ziemlich cool. Ein Beispiel an dir. Stimmt, Marvin. Kannst du mir Coaching geben, Marvin? Ihr seid so geile Säuer. Ach, gerne doch. Wo ist die Alibi? Gewicht, gewicht, gewicht. Headwalk. Sie haben keine Rotation. Oh, ich denke, sie haben eine Rotation. Ist doch einer down. Ach, Eigengritz. Ich hätte zweimal naden müssen. Ich habe deine Insta-Story noch nicht gesehen, ne. Ja, das war taktisch nicht so gut gespielt, meinerseits. Einer geht in den Kons rein. Kakbun Squad ist OG, ja, safe. Erstmal Marvins Insta-Story angucken jetzt auf den Schreck. Marvin, Marvin, Marvin. Ach so, ja, hab ich gesehen. Ja, sieht gut aus. Schöne Runde, schöne Logi. Ach, komm. Oh. Ich habe gar nicht peeken gesehen. Du warst einfach tot, ey. Ja, sehr gut. Er hat man noch nicht gesehen, den Bray. So, aber wir haben noch eine Runde, um nicht in die Verlängerung zu gehen. Auf geht's. Nico, 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 danke für deinen dritten Monat, Broski. Vielen lieben Dank für deinen Support. Gehen die wahrscheinlich nochmal nach unten, oder? Ja. Ja, dann. Wüsste nicht, warum nicht, ne? Er wüsste nicht, warum nicht, genau. Ein Fetscher wäre wild, wenn ihr die Hedges kaiden, aber... Ich glaube, es geht auch ohne. Ich weiß nicht, seit wann Papa Platte, äh, Rainbow spielt. Wahrscheinlich haben die jetzt einfach Bock, das Game, äh, zu testen. Okay, Tim, schau. Okay. Im Gym, ne? Es könnte mir kurz im Mittelpunkt sein. Ich weiß nicht. Bitte check da vorne. Oh, siehst du wie Upstairs. Ach, schon. Da hab ich nen Plan. Ah, ich hab keinen Ram. Ich hab keinen Ram, ne? Vielleicht wieder den, den Tischer. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm. Du sprichst mir aus der Seele. Können wir machen. Oster ist auch recht krank auf der Seite, weil du dann, äh, das Fenster rechts bei CC ablocken kannst. Oh, wir sind Jäger. Ja, ich hab immer gehofft, dass du das Game neun halb kriegst. Ich glaub in Cache ist was. Hallo! Einer spielt da. Ja, ich hab immer gehofft. Ich hab immer gehofft. Ich hab immer gehofft, ich hab immer gehofft. Ich hab immer gehofft. Ich hab immer gehofft, dass er währends Fenster geht. Ich hab immer gehofft. In Gym. Ich hab Breach. Machios hat einfach die Runde fällig. Ja, Upside Down repellen ist doch einfach super stark. Upside Downy, ne? Oh yes. Sehr schön Runde. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.